Yo Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video und heute mal um einen SBB, um den deutschen R9. Also guckt ihn euch an, diese Karte, die er bekommen hat, der gute Lukas, ein Mecher, das ist Geisteskrank. Meinen Magen hat mit Abstand bester Stürmer aus der Bundesliga, wer ist Lewandowski, wer ist Haaland, ich hab keine Ahnung. Den testen wir heute, die Stats sehen geisteskrank aus mit Hunter oder Hawk oder sonst was drauf. Komplett kranke Karten. Also ich hoffe einfach, der kriegt auch noch eine nice Totz-Karte, muss ich sagen. Wäre auf jeden Fall angebracht und ich würde sagen, ich habe nicht nur eine nice Karte am Start, sondern einen nice Gastius, was geht. Ich habe auf jeden Fall Bock auf ein knackiges SBB, Max. Der Lukas hat auf jeden Fall ein paar ganz nette Stats, von dem her, den werden wir mal testen. Und dann würde ich sagen, starten wir rein. Ja, vor allem das Spiel bei den Wölfen, von daher erstmal ein gut Kick in die Runde und ja, ich würde sagen, wir starten gleich rein. Aber vorher Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da ist der Daumen oben, wird man euch loben, schafft einfach, keine Ahnung, wie viele Likes, einfach dies, das. Jeder zweite, das ihr sieht, hat noch nicht kostenfrei abonniert, macht das, um nichts mehr zu verpassen, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst unter Abchecken, der ist links ja logisch. Also ich glaube, das kann sich jeder denken und weißt du was, was sich auch jeder denken kann, den ich aufgeschrieben habe, nämlich ich habe. Ich bin ja taktisch vorgegangen, würde ich es mal so nennen. Ja, einen habe ich saved, sag mal. Okay, linker Flügel, Basti, Basti Schweinsteiger, da bist du doch. Und rechts der gute Christopher. Wer ist denn Christopher? Kunku? Nee. Chrissi? Christopher Gnabry. Nee, Christopher Gnabry ist es tatsächlich, ja. Okay, perfekt, ja, ich bin mit Leroy Sané gegangen und Hoffmann. Oh, Hoffmann, Digga. Weil die beide einen LF und einen RF haben und der andere auch einen LF und einen RF hat. Das war eigentlich so mit Zweifel. Ja, ja, genau, okay. Fröh, Digga, was für Schweinsteiger. Also, wie ist es bitter? Eine absolute Legende, mein Pastor. Okay, okay, okay. Na, pass auf, ich gehe mal rein. Rechts nehme ich mit einer Karte, hast du aber auf keinen Fall. Aber mit der kennst du dich, glaube ich, ganz gut aus. Nämlich ist es euer United-Spieler. Grüße gehen auf jeden Fall aus den guten Cole. Bin ich mal gespannt. Ähnlich wie in Bettlaken. Guck mal mal rein. Und links geht es mit einer richtig, richtig geilen Karte, Leute. Ich fahre den so sehr am Bastian Schweinsteiger eigen. Es tut mir übel leid, aber ich habe den aufgeschrieben. Ist das jetzt dein Ernst eigentlich? Ja. Sympathisch, man kann sich unterhalten. So, wir machen weiter mit dem Mischelfels. Max, direkt Alten und Hero verballert. Alles gut, Digga. Bin mal gespannt, was jetzt kommt. Ja, also ich sage dir ganz ehrlich, du hast halt wirklich, Real Talk, du hast halt einen, weil ich es eigentlich dumm gebaut habe. Also, das war eigentlich nicht so ganz geplant. Ich gehe dennoch mal rein mit meinem Z2M. Das wird Jule, Jule Draxler. Ja, man kennt ihn. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und links mit einer One-to-Watch-Karte hätte ich gedacht, dass ich die im Verein habe. Aber ich muss die schon diskaren, deswegen muss ich 84er bei Neidum Gold spielen. Und rechts geht es rein mit dem Ikali. Ikai. Ikai. Ja, den kann ich wieder rausmachen. Ich weiß, ich setze mich schon mal wieder hin. Ja, leider tatsächlich. Ja. Bernardo Silva, Gündoan und Nkunku. Aber hättest du da nicht auch eigentlich alles spielen können sollen? Oh mein Gott, das fällt mir jetzt gerade auf. Wobei. Ey, ich bin so ein Vollidiot. Doch, doch, tatsächlich. Ja, ich hätt alle. Alles gut, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Jungs, das war's, Omlet. Wir halten rein. Let's go. Ja, alles klar. Oh mein Gott. Rechter ZDM ist bei mir Quenduzi. Und dann hab ich, so wie du, Julian Draxler und Ilkay Gündoan. Da bist du doch. Digga, halt. Wow, ehrlich, wirklich. Kanté, Toma, Tamaving. Keine Ahnung, wie der Typ heißt. Und in Dombele kannst du ein bisschen spielen. Digga, was seh ich hier schon wieder? Tschüss. Wir kommen zum rechten und linken Läufer. Ich bin höchst gespannt, wie ein Generator wurde mir geschrieben, dass ich den mal bringen soll. Ich halt rein, let's go. Oh Mann, ey. Wie ein Generator, alles klar. Linksverteidiger, da geh ich in die spanische Richtung. Und zwar mit Regillon, frühes Flanken und Tempo-Drippler als Spezialeigenschaft. Ja, gut zu wissen. Und Rechtsverteidiger hab ich mich für den besten entschieden. Und zwar für den guten Klausi. Ich geh mich jetzt offiziell. Alles gut. Links Netflix in Schilbe, rechts kein Zone. Kannst du beide spielen. Oh mein Gott. Darby, Stürmerroch. Alles klar, es wird Zeit für den nächsten Bronze-Spieler, Max. Hashtag sinnlos. So, pass auf, jetzt geh ich hier rein. Rechts mit dem Verteidiger. Das ist ein rechter Ausverteidiger. Der ist Kapitän. Ich brauch eine Führungsperson da drin. Deswegen Adpilicueta muss das machen. Und links geht's rein mit, ja, wenn ich verliere, weiß ich, wer da ein Schildeskorn. Bei Nat, der muss ich spielen wegen Chemie und Perregg. Oh, hätte ich wissen müssen, dass du den spielst, nur um den Spruch zu bringen. Ich hab leider nun Mensch aufgeschrieben und rechts Trend. Aber gut, da darfst du auch gerne Adpilicueta spielen. Der sieht auch bodenlos aus. Moin, moin. Meine aktiven Freunde und herzlich willkommen heute in alter Frische. So, wir machen die Teams komplett nochmal ein. Bei Max schießen wäre klasse, aber ich glaub nicht mehr dran, ehrlich gesagt. Also Retalk, dann wäre komplett Feierabend, ne? Ich sag's dir so, wie es ist. Ich geh rein mit meinen E-Force. Es sind gute Karten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das erste Mal spiel ich den, nämlich. Das ist der gute Chiellini, der Flashback. 80 Pace, richtig geil. Dann links, es wäre de licht. Ähm, ja, de licht halt. Und dann hinten den guten Shdornsny, Shesny, keine Ahnung. Shdornsny. Ja, ich dachte schon, ich hab einen und zwar Süle. Da kann ich noch hochstimmen. Oh, stimmt. Upame, Upamegano und Neuer, weil du gesagt hast, du hast ja noch nie gespielt und Neuer. Ja, 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 ja. Wie ist das? Wollte ich sogar auch was spielen. Aber gut, Leute, ich halte jetzt rein und jetzt trinke ich extra noch einen guten Sniper-Schluck mit dem Code Max. Meine Sparte, wie gesagt, 5% bei Empudy und jetzt habe ich ihn okay. Jetzt schieß mal los. Alles klar. Erstmal nicht so tief, Rüdiger. Und dann Süle und Neuer. Sag nicht, du hast einen. Ich hab mich zwischen Christensen, Chrissi, und Antonio Rüdiger nicht so tief entschieden. Ich hab mich für Chrissi entschieden. Perfekt. Diop und Mondi. Ähm, ja, ich würde sagen, fahren wir mal rein. Das war letztens eine Spaß. Ein Knackiges, ein Knackiges. Genau, und haben wunderschön viel Spaß in dieser besinnlichen Fußball-Summer. So, rein geht's in die Wochen. Ne, ist ja keine Weakleak auf jeden Fall. Aber trotzdem erstmal ein gut Kick und jetzt wird's krank. Jetzt sag ich dir ganz ehrlich. Gut Kick. Ja, hast ja mein Bronzegieber da links außen. Wann kann der so Skills, hä? Der hat 5-Star. Der hat 5-Sterne-Skills? Wirst du mich verarschen? Wirklich jetzt? Ne, 3. Oh, guck mal. In Mecha. Digga, der ist, der ist re-talked. Der ist geil, ist krank. Der Freund stand 30 Minuten frei wie Nicole Scherzinger. Okay, let's go. Okay, let's go, Digga. Digga, was? Hüter. Let's go. Ferrari kommt. Oh, Digga, was ist das denn? Wie geht denn der nicht rein? Oh, Zange. Ja, bonus time finish. Es gibt einen Wurf. Ich hoffe, der war abgefälscht, oder? Oh mein Gott. Was ist denn eigentlich Jens los? Boah, sag mal, Alter, was soll der mich töten? Oder was soll das denn hier? Dieser blutiger Rutsch da mal rein. Let's go. Aber jetzt klingelt, das weiß ich ganz genau. Nein. Ja, jetzt gibt's einen Elf. Oh, jetzt schiebt sich da mal an den Tisch setzen. Digga, was ist das denn? Hab ich doch. Der fängt die Beine ab. Ich hab alles gesehen. Schlag die Beine. In Mecha. Den knallt er rein. Als wär's Nicole Scherzinger. Alles gut. Max, hör auf mit so einer Sch- Das ist jetzt Quatsch. Leia Lock. Oh mein Gott. Das war der Torwart. Und das war der Hüter. Das war der Hüter. In Mecha, Junge. Let's go, Alter. Das ist so eine Maschine. Das ist geisteskrank. Mann, wer ist denn erneuert? In Welser 9? Da wird's grad so Quatsch mit Soß. Basti, Junge. Oh, Junge. Basti. Nigga, wie oft hast du jetzt eigentlich schon Latte getroffen? Jetzt hier langsam der Krawatte schickt. Was macht der hier für ne Parade, Alter? Jay, Hass. Jay, Hass. Da bisch du doch. Let's go, Mann. Alter, wär's denn als Jule? Jule Draxler. Das war jetzt was ich. Hilsmaul. Wichtig. Da bisch du doch. Ja, Alter. Also, aber der ist halt Retalk. Also, no joke jetzt, Jungs. In Mecha ist wirklich krass. Ey, ich hab auf meinem Instacount gesagt, man sollte nicht abschließen, aber jetzt mal Realtalk. Der spielt sich anders geil, Mann. Der ist wirklich, der ist no joke. Der ist wirklich gut. Ja, ja. Krank ohne was. Der Torhüter. Nein. Der Torhüter mit nem Pass. Der Torhüter mit nem Pass. Nein. In Mecha mit. Ey, Leute, macht ihn. Er ist so krank. Hilfe. Was? Oh, Mann. Wie kann ich den nicht machen? Okay. Schönes Ding. Da bisch du doch, ey, Mecha. Finisht alles, Alter. Digger. Er will mich die Licht grad verarschen. Will der mich grad verarschen, Digger. Ach, Digger. Ey, die Licht ohne Spaß jetzt, Jungs. Also, das war Quatsch. Also, das war grad wirklich bodenlos. Ja, was ist das? Und wo rennt der ganze Spieler hin? Ey, bei mir filmen die grad meine Spieler. Weil ich seh genau das gleiche, glaub ich. Oh mein Gott. Es ist einfach ein super Spiel. Grüße genau an EA Sports. Ihr seid die geilsten. Ich ahne hier ganz Böses. Ich rieche hier Betrug. Ich rieche hier Betrug. Nein, ich rieche hier, Digger. Ich rieche hier, aber ich rieche hier Betrug. Raus mit dem Ding. Raus. 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 Also, in Mecha, klare Kaufempfehlung, SBC-Empfehlung. Also, der Typ ist wirklich krass, man. Also, wirklich, wirklich, wirklich krass, man. Hätte ich nie im Leben gedacht. Auf jeden Fall. GG. Vier Buletten hat er bei mir gemacht. Ja, komplett krank. Okay, zwei Dinge müssen wir durch als Leuch, wie Chris Schneider sagen würde. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir kommen zum Discarden. Zwei habe ich und ich nehme deine Flügelspieler einfach. Ja, das kannst du gerne machen. Das ist, also, jetzt kann ich halt wirklich den Spruch bringen. Äh, wegen der, warte mal, wer dran schuld ist. Wenn immer, wenn immer, ähm, nee, wenn ich verliere, weiß ich, an wem es gelegen hat. So rum. Deine LV, grüßige Aussagen, Oli Krönes. Elfer. Bernat. Bernat im linken Flügel. Rechter Flügel. Machsturmsi in Form. Ey, du hast keinen Bronzy Keeper getroffen oder keinen Bronzy Typ. Nein, den hätte ich beide auf den Außenpositionen, also Verteidiger. Und, äh, Draktate stehen lassen. Im Mecher stand rechter IFA und, ja, ich würde sagen, soll ich die kurz wegkloppen, was ich glaube? Nee, von mir aus nicht. Das ist relativ. Kannst du auch einen Pick mitmachen, was weiß ich. So, der gute Dornesny ist drin und Juan Bernat. Ich gebe die ab. Let's go. Ich mache jetzt einen Player Pick, Jungs. Und jetzt will ich mal was sehen. Jetzt will ich wirklich was sehen. EA Sports 75 plus Player Pick. Stell dir vor, ich zähle jetzt Ankara Messi doppelt als Duplikat. Ich öffne das Ding. Inform Bebu. Ist okay. Und Acerbi. Also, ja, ich nehme den Informat mit. Jetzt habe ich alles richtig gemacht. Ich glaube, ich lasse auf jeden Fall einen Daumen nach oben, falls das Ganze gefallen hat. In Mecher klare Empfehlung. Lasst ein Abo da. Ihr wisst Bescheid. Die A2, der das ja sieht, hat es noch nicht getan. Das ist kostenlos. Supportet immer ein. Und natürlich teriös drunter verlinkt. Und dir gehören heute, weil heute der 8. September, wahrscheinlich 8. Dezember 2021 ist und hier die Weihnachtsmütze unterhängt, gehören dir heute die letzten Worte. Ich habe leider keine Rede vorbereitet, aber war auf jeden Fall ein nices Spiel in Mecher. Auf jeden Fall eine krank geile Karte. Und Spaß, der geht ab wie Sau. Und dann würde ich sagen, lasst dir Max ein Like da, ein Abo da und ein Follow auf Insta, Twitter und Facebook. Und dann würde ich sagen, sie war raus. Macht's gut, haut rein und ciao. Und dann würde ich sagen, sie war raus.